Amadeo Bordiga Aggression gegen Europa Verteidigungskriege? Aggressionskriege? Gegen den Standpunkt der Sozialisten entbrannte beim Ausbruch des europäischen Konflikts 1914 eine große Polemik über diese Unterscheidung. Für vernünftige Leute ist dies normalerweise ganz einfach. Regierung, Staat, Vaterland, Nation, Rasse, ohne alles so genau zu nehmen, sind zu einem einzigen Subjekt, begabt mit Unrechts-, Rechts- und Pflichtbewusstsein verschmolzen. So wie sich ja alles auf die menschliche Person reduziert und auf die mickrige Lehre ihres Verhaltens, das entweder der christlichen Moral entstammt oder dem natürlichen Recht oder dem angeborenen Sinn für Gerechtigkeit und Gleichheit oder, um sich komplizierter auszudrücken, der Ethik des kategorischen Imperativs. Wie sich also der gerechte und dem bösen fernstehende Mensch gegenüber dem Aggressor verteidigt, lassen wir die Sache mit der anderen Wange für einen Moment beiseite, so besitzt das angegriffene Volk das Recht, sich zu verteidigen. Zwar ist der Krieg barbarisch, aber die Verteidigung des Vaterlandes ist heilig. Jeder Bürger soll sich demokratisch für den Frieden und gegen den Krieg aussprechen, aber in dem Augenblick, in dem sein Land überfallen wird, muss er sich zur Verteidigung gegen den Invasoren bereithalten. Dies gilt für den Einzelnen, dies gilt ebenso für die gesamte zur Person erklärten Nation, dies gilt also auch für die Parteien, welche wiederum als in ihren Pflichten personifizierte Subjekte handeln und behandelt werden, dies gilt für die Klassen. Heraus kam dabei der allgemeine Verrat am Sozialismus, die Kriegshetzerei an allen Fronten, der Triumph des Militarismus in allen Sprachen und nicht weniger augenscheinlich wurde kein Krieg geführt, den Staat und Regierung nicht als Verteidigungskrieg bezeichnet hätten. Die marxistische Polemik in dieser Frage begann zunächst einmal damit, das Feld von all diesen gespenstigen, einköpfigen, mehrköpfigen, kopflosen oder mit dem Kopf eines anderen versehenen Personen zu räumen, wobei an deren Stelle wieder der Charakter und die Funktion jeder Organismen trat, die wir Klassen, Parteien, Staaten nennen und deren eigene historische Dynamik zu erforschen ist, wozu die guten alten moralischen Prinzipien nicht taugen. Der Bourgeoisie wurde geantwortet, dass die Proletarier kein Vaterland haben, dass die proletarische Partei ihre Ziele durch den Bruch der inneren Fronten zu erreichen sucht, wozu die Kriege optimale Gelegenheiten bieten, dass die historische Entwicklung nicht in der Größe oder in der Rettung der Nation erblickt wird, dass man sich auf den internationalen Kongressen schon darüber einig geworden war, alle Kriegsfronten zu brechen, dort beginnend, wo es am besten möglich ist. Innerhalb eines langen, nicht nur verbalen Kampfes zersplitterten sich die Verfälscher des Marxismus, die mit unterschiedlichen Methoden und mit tausend Zungen versuchten, die Theorie zu widerlegen, nach der das Proletariat als zunächst nationale Klasse nur auftreten kann, wenn es, wie Marx lehrt, gegen die zertretene Bourgeoisie seine Diktatur verwirklicht. Die Verfälscher ersetzten die Theorie durch eine andere, nach der das Proletariat und seine Partei nur nationalen Charakter annehmen, wenn politische Demokratie und Liberalismus verwirklicht sind. Ausführlich wurde dargelegt, wie verschieden die Probleme sind, je nach den Auswirkungen, die die Kriege, ihr Verlauf und ihr Ausgang auf den inneren und weltweiten Gang des sozialistischen Klassenkampfes und auf das Verhalten der sozialistischen Partei in den kriegsführenden Ländern ausübten, da die Kontinuität, die Selbstständigkeit, die hartnäckige Klassenopposition, die theoretische und materielle Disposition gegenüber dem sozialen Kampf seitens der revolutionären Partei Voraussetzung für jede Ausnützung neuer Bedingungen oder neuer Instabilitäten von Regimen sind. Nachdem jede Art von Einverständnis mit dem Krieg von Staaten oder Regierungen negiert worden war, fiel jede unterschiedliche Behandlung von Verteidigungs- oder Angriffskriegen flach, ebenso wie jede mit verqueren Unterscheidungen begründete Rechtfertigung, die das Überlaufen der Sozialisten zur Front der nationalen Einheit richtig erscheinen lassen sollte. Zum anderen zeigt die unterschiedliche Bedeutung der Begriffe Aggression und Invasion, wie hohl der Vergleich mit zwei sich befädenden Personen ist. Selbst zwei in eine Rauferei verwickelte Rotzjungen sind darauf bedacht, unter großem Geschrei zu erklären, dass der andere angefangen habe. Wenn sich jedoch auf die Integrität des Territoriums berufen wird, liegt die Sache völlig anders. In den einstigen Kriegen wie im Ersten Weltkrieg wurde die Unverletzlichkeit des Individuums sehr wohl verletzt, eben die der Frontsoldaten. Für Zivilisten hingegen weit weg von der Front war das Risiko zu sterben praktisch gleich null. Fällt dagegen eine feindliche Armee in ein Territorium ein, dann haben wir das übliche Bild der Zerstörung häuslicher Familienherde vor uns, das Bild von Gewalt gegen Frauen und Wehrlose und so weiter. Alles willkommenes Propagandamaterial, von dem reichlich Gebrauch gemacht wurde, um die sozialistischen Parteien in die Falle zu locken. Auch der besitzlose Arbeiter, sagte man, der schon reif ist, für Klassenziele zu kämpfen, hat noch etwas zu verlieren und sieht seine vitalen Interessen im materiellen und unmittelbaren Sinn bedroht, wenn ein feindliches Heer in Stadt oder Land einfällt, in dem er lebt und arbeitet. Ergo muss er sich bereithalten, den Invasoren zurückzuschlagen. Wir sind bei der organisierten Verteidigung des Schlosses eines Namenlosen gegen die räuberischen Landsknechte. Wir sind beim Rhythmus der Marseillers. Die deutsche Übersetzung dieser Strophe der französischen Nationalhymne lautet Ohne auf die kritisch-historische Bewertung des unterschiedlichen Charakters von Kriegen, was ihre Rückwirkungen auf die Entwicklung des sozialen Kampfes und auf die revolutionären Krisen betrifft, zu verzichten, entgegneten die Marxisten auf solche Rührseligkeiten immer wieder, dass all diese Rechtfertigungen nur dazu da, Kanonenfutter zu finden und die dem Militarismus in den Weg tretenden Bewegungen und Parteien zu zersplittern, haltlos sind und sich gegenseitig disqualifizieren. Das so weitlich missbrauchte Argument der Aggression und das nicht minder ausgenützte der Invasion können durchaus in Widerspruch zueinander geraten. Zum Beispiel kann ein Staat den Krieg beginnen, infolge militärischer Rückschläge kann sein Territorium jedoch sehr schnell selbst Ziel eines Invasoren sein, wie es die togliatische Theorie der Verfolgung des Aggressors vorsieht. Nicht weniger widersprüchlich sind die anderen famosen Begründungen, die auf nationale oder irredentistische Forderungen setzen, oder solche, die nicht sehr wählerische Marxisten anführten, um die unterstützungvollen Kolonialkriegen zu rechtfertigen, welche dazu dienten, dass barbarische Länder den Charakter der modernen kapitalistischen Wirtschaft annehmen. Der englisch-burische Krieg von 1899 bis 1900 war eine offenkundige Aggression. Die burischen Kolonen verteidigten das Vaterland, die nationale Freiheit und die Unverletzlichkeit ihres Territoriums, aber den Laboristen gelang es, das britische Unternehmen als progressiv hinzustellen. Der Krieg Italiens gegen seinen Ex-Verbündeten Österreich im Mai 1915 war ebenfalls ganz klar eine Aggression, aber die verschiedenen Sozialverräter rechtfertigten ihn, indem sie als Beweggrund die Befreiung Triests wie auch Krieg für die Demokratie anführten, ohne dadurch in Verlegenheit zu kommen, dass sich Österreich-Ungarn an der anderen Front mit den zaristischen Armeen herumzuschlagen hatte. Ein klassischer Fall ist in dem höchst interessanten Buch von Bertram D. Wolfe. Drei, die eine Revolution machten. Lenin, Trotzki, Stalin wiedergegeben. Das Buch aus dem Jahre 1965 ist eine wahre Fundgrube historischer Daten, bei allen Vorbehalten gegenüber der Linie des Verfassers. A la Pearl Harbor griffen die Japaner am 6. Februar 1904 ohne Kriegserklärung die russische Flotte von Porth-Azor an und vernichteten sie. Ganz klar eine Aggression. Nach der langen Land- und Seebelagerung fiel die Festung im Januar 1905. In der Spiriot vom 14. Januar 1905 schrieb Lenin Sätze wie folgende, Das Proletariat hat allen Grund, sich zu freuen. Nicht das russische Volk, sondern die Selbstherrschaft hat eine schimpfliche Niederlage erlitten. Die Kapitulation Port Arturs ist der Prolog zur Kapitulation des Zarismus. Der Krieg ist noch lange nicht zu Ende, aber jeder Schritt zur Weiterführung des Krieges Das bedeutet eine unermessliche Verstärkung der Gärung und Empörung im russischen Volk und bringt uns dem Beginn eines neuen großen Krieges näher, des Volkskrieges gegen die Selbstherrschaft. Die ganze Frage verdient genaueste Analysen, weil man die Gesamtheit der Fragen über die historischen Verhältnisse zwischen dem Absolutismus, der Bourgeoisie und dem Proletariat zu klären hatte, wobei der angebliche Widerspruch, den der genannte Autor zwischen der Lenin'schen Lehre und dem Lenin'schen Werk glaubt, zu entdecken, durch die marxistische Dialektik gelöst wird. Hier reicht es zu bemerken, dass die Schrift des isolierten Verbanden von demselben Inhalt lebte, den die wenige Monate später aus der nationalen Niederlage hervorgehende riesige revolutionäre Schlacht Russlands von 1905 hatte. 40 Jahre vergingen. Am 2. September 1945 kapitulierte das von den Amerikanern durch die Atombomben von Hiroshima und Nagasaki geschlagene Japan bedingungslos. Obwohl Russland den Japanern erst ein paar Stunden vorher den Krieg erklärt hatte, übermittelte Marschall Stalin am gleichen Tag folgende Siegesproklamation. Die Niederlage der russischen Truppen im russisch-japanischen Krieg von 1904 lastet schwer auf der Erinnerung unseres Volkes, denn sie ist eines der traurigsten Kapitel in unserer Geschichte. Unser Volk wartete und hoffte auf den Tag, an dem Japan in die Knie gezwungen und der Schandfleck zum Verschwinden gebracht sein würde. 40 Jahre lang haben wir, die Männer der älteren Generation, diesen Augenblick ersehnt und jetzt ist er gekommen. Jede Empfänglichkeit gegenüber derartigen Argumenten wird der Ruin der nationalen und internationalen Klassenbewegung sein. Als die italienische Aggression von 1905 mit dem Fall Caporetus zur Invasion führte, ließ dies die verdienstvolle Opposition der italienischen Sozialisten ins Wanken geraten. Das Vaterland ist auf dem Grappa, war der Ruf Turatis, obwohl sein Bruder im Geiste, Treves, gewagt haben soll, zu sagen, dass, Zitat, ein weiterer Winter nicht mehr im Schützengraben verbracht werden, Zitatende dürfe. Mehr noch, die bürgerlichen Staaten und Regierungsparteien prägten die Theorie der Lebensräume, der Präventivinvasion, des Präventivkrieges, was mit dem nationalen Wohl begründet wurde. Gründe, die nicht eines realen historischen Gehaltes entbehren, jedoch Revolutionäre nicht beeindrucken dürfen, genauso wenig, wie sie sich durch Begründungen irreleiten lassen dürfen, die mit der Verteidigung und Freiheit der reinsten und unschuldigsten, wenn es sie denn gäbe, kapitalistischen Regierung hantieren. Eben der Krieg von 1914, als teutonische Aggression in die Welt posaunt, war ein englischer Präventivkrieg. Jede Regierung macht ihre Interessen und Lebensräume nach Belieben aus. Die eigenen Landesgrenzen am Rhein und Po zu ziehen, ist ein jahrhundertealtes Spiel Englands, ein Spiel, das schon so oft die Freiheit gerettet habe, während dieselbe durch den Anspruch Hitlers, die eigenen Grenzen jenseits der Sudeten und bei Danzig zu ziehen, tödlich verletzt worden sei. Danzig, das sich wenige Kilometer außerhalb oder auch wenige Kilometer innerhalb des in der demokratischen Meisterleistung des Versailler Vertrags entstandenen polnischen Korridors befand. Die Kriege werden in Revolutionen umgewandelt werden können. Unter der Bedingung, dass, gleich wie die Beurteilung der Kriege, die die Marxisten durchzuführen haben, auch ausfällt, in jedem Lande der Kern der revolutionären Bewegung der internationalen Klasse überlebt, und zwar vollständig losgetrennt von der Politik der Regierungen und den Operationen militärischer Generalstäbe. Unter der Bedingung, dass diese Kerne sich auf theoretischem und taktischem Gebiet keinerlei Illusionen machen, was die Möglichkeiten der kriegsführenden herrschenden Klasse, ihrer politischen, staatlichen und militärischen Organisationen zum Defetismus und zur Sabotage angeht. Wir haben übrigens schon früher geklärt, dass es keinen Grund gibt, sich über diesen Defetismus zu empören. Alle unsere Gegner, ob angebliche Revolutionäre oder echte Burschewars, haben ihn in verschiedenen Fällen und an verschiedenen Orten hochgehalten und angewandt. Bloß, dass in allen diesen Fällen der Defetismus nicht den dialektischen Inhalt der revolutionären Eroberung eines neuen Klassenregimes hat, sondern den einer Auswechslung der politischen Generalstäbe im Rahmen der bestehenden Ordnung. Defetisten dieser Art riskieren zwar große Worte, aber kaum Kopf und Kragen für die vage Aussicht darauf, ein momentanes Regime durch einen verlorenen Krieg zu Fall zu bringen, denn nur dann könnten sie sich Hoffnungen auf persönlichen Erfolg und die Bürden der Macht machen. Weshalb es diese Ehrenmänner mit ihren patriotischen, nationalen, liberalen und demokratischen Beweggründen vorziehen, nicht zimperlich zu sein, sobald sich die Gelegenheit ergibt, das Land und seine Bevölkerung und gemäß der modernen Kriegstechnik durch zerstörerische Bombardements zu zerquetschen und durch die ganzen unvermeidlichen Manifestationen, kriegerische Aktionen und militärischer Besetzung zu zerfetzen. Nachdem wir dies zum x-ten Mal bekräftigt haben, wollen wir sehen, von welcher Art der eventuell nächste von Seiten Amerikas geführte Krieg sein wird, für den riesige Militärkredite vergeben, Versammlungen der Generalstäbe einberufen, Aufrüstungsorder und strategische Anordnungen an fremde und weit entfernt liegende Länder gegeben werden. Er könnte sich unter dem Aspekt literarischer Argumente als der edelste aller Kriege erweisen, es könnte gelingen, noch dunklere Gestalten als die der Tschecho-Bepes, Wilhelms, Benitos, Adolfs, Togos oder einen mit Blut triefenden Händen wiedergeborenen Zar Nikolaus hervorzubringen. Sowas würde revolutionäre Marxisten, egal wo, nicht dazu bringen, freundlichere Worte für den antibürgerlichen und antistaatlichen Kampf zu finden. Was nicht heißt, kein Recht zu haben, diesen Krieg zu analysieren und ihn als vernichtendstes Aggressions-, Invasions-, Unterdrückungs- und Versklavungsunternehmen der gesamten Geschichte zu bezeichnen. Es handelt sich nicht einfach um einen eventuellen und hypothetischen Krieg, denn er ist bereits im Gange, da dieses Unternehmen eng mit der Fortsetzung der Interventionen in die europäischen Kriege von 1917 und 1942 verknüpft ist und da es sich im Grunde um die Krönung jener Konzentration einer riesigen Militär- und Zerstörungskraft und um die der Verteidigung des bestehenden Klassenregimes handelt, sowie um den Aufbau des Optimums an Bedingungen, die geeignet sind, die Revolution der Arbeiter gleich in welchem Lande zu ersticken. Dieser Prozess könnte sich auch ohne einen Krieg im klassischen Sinne zwischen Amerika und Russland entwickeln, falls die Vasalität Russlands sichergestellt werden kann. Und zwar statt durch militärische Mittel und einen eigentlichen Zerstörungs- und Besatzungsfeldzug durch den Druck der vorherrschenden ökonomischen Kräfte des stärksten kapitalistischen Verbundes in der Welt, der vielleicht morgen in der angloamerikanischen Staatseinheit besteht, von der schon geredet wird. Oder vielleicht durch einen Kompromiss, auf den die russische Führung zu hohen Konditionen eingehen würde. Stalin soll die Zahl schon präzisiert haben. Zwei Milliarden Dollar. Fest steht, dass sich die Vormächte der schon erwähnten historischen europäischen Aggressoren, die sich für eine Provinz oder Stadt in Schussweite abmühten, ziemlich mickrig ausnehmen. Angesichts der Dreistigkeit, mit der öffentlich diskutiert wird. Und es ist leicht, sich auszumalen, wie die Geheimpläne aussehen, ob die Unversehrtheit New Yorks und San Franziskos am Rhein oder an der Elbe in den Alpen oder in den Pyrenäen zu verteidigen sein wird. Der Lebensraum der US-amerikanischen Eroberer ist ein Band, das sich um die Erde legt. Es ist der Endpunkt einer Methode, die mit Aisopus begann, als der Wolf zum Schaf sagte, es habe ihm das Wasser getrübt, obwohl es im Tal trinkt. Ob weiß, schwarz oder gelb, keiner von uns kann einen Schluck Wasser trinken, ohne die Cocktails zu trüben, die den Königen der plutokratischen Camorra in den amerikanischen Nightclubs serviert werden. Als die amerikanischen Regimenter das erste Mal in Frankreich landeten, lachten sich die Militärtechniker schief und die anglo-französischen Generalstäbe flehten inbrünstig, ihnen doch die wenigen an der westlichen Front im Quartier gehaltenen Verbände zu überlassen, wenn man Wilhelm nicht gleich in Paris sehen wolle. Die damals wie heute angetürnten Boys hätten jedoch gut entgegnen können, dass es nichts zu lachen gäbe. Heute macht uns ein Militarismus zu schaffen, der dem unserer jahrtausendealten Geschichte weit überlegen ist. Was im Kriege zählt, sind die Gelder, die Kapitalien, die produktiven Anlagen. Militärische Fähigkeiten und Tapferkeit sind Waren, die auf einem Markt verschleudert werden, der mit Superschlauen und Superdummen überfüllt ist. Seitdem brüsteten sich die Amerikaner mit einem ersten Sieg. Sie hatten die Nase darüber gerümpft, unter dem Druck der Engländer dem Isolationismus ade sagen zu müssen. Man zog sich wieder zurück, nachdem man ein absurderes Europa gezeichnet hatte, als das, was seinerzeit ein Tamerlan oder Omer Pasha gezeichnet hatten. Wenn sie es geschafft hätten. 20 Jahre Frieden war die Zeit, die für die Aufrüstung einer Superflotte, einer Superluftwaffe und einer Superarmee gebraucht wurde und für die Weihung der Superfreiheitsstatue. Alles im Dienste der Superaggression. In der Zwischenzeit hatten sich die Kolonnen des Far West auch in Bezug auf das Alphabet vervollkommnet und sogar die Geschichte studiert, ohne auf den unvergleichlichen Vorteil zu verzichten, keine zu haben. Man weiß nicht, ob es bei der zweiten Landung in der Normandie Clark oder ein anderer hoher Offizier war, der am Grab des für die amerikanische Unabhängigkeit eingetretenen französischen Generals In der Tat, ebenso wie die Moskauer Geschichtsbüchleinlehren, Wladimir Ilyich Ulyanov genannt, Lenin hätte den Zaren Nikolaus seinerzeit gebeten, einen freiwilligen Korps aufzustellen zu dürfen, Um zur Verteidigung der Manchurei gegen die Japaner zu eilen, so lehrt man in Washington, dass der Franzose Lafayette in der durch das freie England angeführten demokratischen Weltallianz gekämpft habe, um Nordamerika zu befreien, das bis anhin eine unterdrückte Kolonie der Deutschen gewesen sei und dass diese seitdem in allen Kriegen danach trachteten, es anzugreifen und zurückzuerobern. Es kann gut sein, dass die Yankee-Lehrbücher in einer nächsten Ausgabe von einem antikolonialen Emanzipationskampf gegen einen Moskauer Eroberer sprechen, dessen unverschämte Absichten zur Revanche augenscheinlich seien, seit er begonnen hatte, sich für einige Pfund Gold zu verkaufen. Auch beim zweiten Unternehmen waren die militärischen Heldentaten nicht gerade erst klassisch, aber auch in Bezug auf die Kriegskunst verwandelt sich Quantität in Qualität. Was übrigens Clark angeht, wird gesagt, dass ihm gerade in Amerika der Ruhm der Schlacht von Cassino verwehrt wird. Vielleicht hat man entdeckt, dass es nie eine Schlacht bei Cassino und dass es nie eine Gustav-Linie gegeben hat, wie einige unversehrt gebliebene deutsche Soldaten und ein paar hunderttausende italienische Zivilisten, die fünf Monate lang bombardiert wurden, bezeugen können. Bis man auf ein paar polnische, italienische und marokkanische Truppenteile traf, die man vorrücken lassen konnte und die sich damit beschäftigten, alle Frauen zwischen 10 und 70 Jahren und noch einige andere mehr zu vergewaltigen, wobei mit weniger teutschen Grenadieren Feindberührung aufgenommen wurde, als die Banditen Giulianus mit römischen Polizeikräften hatten. Einer der großen Beschlüsse des amerikanischen Militär-Synedriums in Sachen Europa betraf daher die italienische Wiederaufrüstung. Nachdem in den letzten Dezennien die demografische Stärke nicht mehr ein erstrangiger Faktor der militärischen Macht ist, spielt Italien bei den ganzen Bewegungen der Kolosse eine merkwürdige Rolle. Während man im Ersten Weltkrieg an der Schwelle zumindest eines Versuchs des revolutionären Defetismus gestanden hatte, hat unser Land im Zweiten Weltkrieg einen zur Gänze bürgerlichen Defetismus erlebt. In der Periode der erfolgreichen deutschen Kriegsoperationen ist im Grunde niemand dem Krieg der Faschisten in den Rücken gefallen. Viele haben dies defetistischerweise gehofft, aber aus persönlichen Gründen. Mussolini stand ihnen und den Wonnen der Macht im Wege, das ist alles. Sie konnten den Armeen Benitos und Adolfs nicht in den Rücken fallen, da diese sich im Rücken der gegnerischen Armeen befanden. Im Herbst 1942 wurde die Meldung herausgegeben, dass sich die amerikanischen Landungstruppen, nach langwierigen Diskussionen und gegenseitigem Austricksen mit den russischen Alliierten, die Tag für Tag an der Ostfront ausbluteten, an der marokkanischen Küste befanden, mit klarem Kurs auf das Mittelmeer, die italienische Halbinsel. Es waren Etappen einer einzigen Invasion, die von Versailles 1917 bis 1918 direkt nach Berlin führte. Nur nach Berlin? Nein, ihr seinerzeit jubelnde Narren, auch direkt nach Moskau. Dafür, dass ihr große Spezialisten in Sachen Feinfühligkeit gegenüber geschichtlichen Veränderungen seid, kommt ihr heute mit eurem Geschrei gegen die imperiale Bedrohung und Aggression reichlich spät. Zu spät kommen wäre eine Sache, aber euch geht auch der Atem aus. Ihr könnt die Millionen bei Stalingrad Gefallenen nicht wiederauferstehen lassen und in die entgegengesetzte Richtung losschicken. Niemand wird euch antworten. Jene Meldung genügte, um den Kreuzweg vorauszusehen, den Italien zu gehen hatte. Zu Klassenzwecken, zu Revolutionszwecken richtet der Marxist seine Aufmerksamkeit auf die Zonen, in denen größere Umwälzungen stattfinden. Aber diesmal war man mit Blindheit geschlagen. Mehr historischen Sinn besaß der faschistische Rundfunk, der, sei es auch nur um Wasser auf die eigenen Mühlen zu lenken, ein Propagandaliedchen spielte, das heute den gestrigen Alliierten des übermächtigen Amerikas besser zu Gesicht stehen würde, denjenigen, die das Scheitern der klassischen militärischen Gegenbewegung der italienisch-deutschen Armeen in Tunesien, das anfangs dem neutralisierten Frankreich zugesichert worden war, bejubelten. Es war eine vom italienischen Herr, dem letzten italienischen seit Scipio, und wir freuen uns darüber, dass es keine rein italienischen Armeen mehr geben wird. Noch größer wird die Freude sein, wenn die Armeen nicht mehr nach Nationen benannt werden. Technisch gut durchgeführte Gegenbewegung, die aber wegen der Übermacht der in aller Ruhe auf der anderen Seite des Atlantiks angehäuften Mittel, während sich an der Volga europäische Kadaver anhäuften, das grausame Schauspiel der Operation Overlord in der Normandie nicht verhinderte. Die Patrioten, nationalen, Volksitaliener freuten sich auf eine rosige Zukunft. Colombo, 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 quitte la fattu fa. Nach einer schon weit verbreiteten Mode ist zu befürchten, dass Stalin durch die Moskauer Historiker entdecken lässt, dass Kolombus Russe war.